Also, so geht's hier gar nicht, bitte. Wo sind wir denn? Wo bist denn du hin? Hier unten. Okay, wie willst du denn hier alles kaufen? Also, hier gibt's ein Domizil, was man sich kaufen kann. Nur, ich frag mich gerade, wo's? Hier oben. 12.500! Wie grellt krieg ich denn jetzt, wer? Mann, ich stresst doch nicht, ey. Hey, wieso kann ich das nicht kaufen? Hast du keine 12.500 Dollar? Natürlich! Komisch, ich hab's gerade gekauft. Ach, das ist nur ne Garage, ne? Ja, guck mal, bei mir steht jetzt auch, dass ich das hab. Noll. 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 Dann wird das Spiel echt seltsam. Ja, jetzt zeig ich dir auch hier unten den Schlüssel an. Noll, jetzt hab ich das. Ach, wahrscheinlich, weil's ein Domizil ist. Toll, jetzt hab ich für das Domizil bezahlt, oder was? Ja. Wie träglich ist das denn? Lässt der Junge mich für's nein! So. Mal, wirst du mich hier zahlen fürs Domizil? Ey, das konnte ich ja jetzt nicht wissen. Schäm dich. Also, ich komm jetzt. Du wolltest dir deine, du wolltest dir die Frauen aus. Entschuldigung. Oh, Mann, oh! Deine Kack! Wo bist du denn? Ich komm hier nicht drüber, hier ist ein dummes Auto, aber doch komm ich. So, schon da rein. Können wir nicht wegfahren. Das wird nicht getan... Äh, Leute, könnt ihr mir die Frage mal beantworten? Hier ist doch noch was zu kaufen. Ach so, das hab ich gar nicht gesehen. In den Saints. Da hab ich jetzt mal eine Frage an den Zuschauer... Ach, Moment, ich mach das gleich. Äh, ich hab eine Frage an den Zuschauer. Denn ich wisst ihr genau, wie das gemacht ist. Also, man muss nur Domizile einzeln... Äh, man muss alles außer Domizile einzeln bezahlen. Wenn ich ein Domizil kaufe, dann kriegt das er auch anscheinend. 500 pro Stunde. Ja. Wie hab ich denn jetzt noch? 6000. Was gibt's denn hier so für Kleidung? Ich will mal einen fetten BH haben, der gibt mir... ...schönen Respekt. Haha. Wieso? Fickt euch mal ins Knie, ich bin hier am Schoppen. Wieso wärst du beim Schoppen gestört, oder was? Ja, weil die mich inballern. Komfort-BH, gib mir 10 Ruf. So. Ja, 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 übernehmen. Sehr schön. Yay. Oh, gibt noch 100 pro Stunde. Wo bist denn du? Ich fahr hier durch die Stadt. Und kauf gerade ein. Was machst denn du? Besitz. Da ist eine Immobilie. Ich merk' gerade, ich hab' nur noch einen, äh, auf der einen Seite nur einen Reifen. Was ist denn das? Angeschossen. Äh, das Gebäude haben wir schon, wie's aussieht, oder sieht's so aus, als hätt' ich das schon. Ich seh' nicht, du kommst da vorne. Äh, im Besitz. Im Besitz. Fuck. Was ist los? Du solltest mich wiederbeleben. Toll. Und zwar schnell. Ich bin doch nicht arschweit weg, gell. Ansonsten geh' ich drauf. Schauen wir nicht rechtzeitig. Geht ja nicht so was wie Autos oder so, ne? Weißt du, wie lange das dauert, bis ich mir jetzt hier ein Auto geschnappt hab? Vor allem, weil hier gerade... Jetzt ist zu spät. ...viel zu viele sind. Also viel zu wenige gewesen sind. Nein! I am dead! Nein! Was kratzt du auch einfach ab? Ja, Entschuldigung, dass ich im Auto saß und dir wollen wir draufballern, dass das Auto in die Luft geht. Schade, das war teuer, Alter. So, ich hab einfach mal Justo von den Schuh, wo's die Reifen zerballert. Komm, 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 Sprinter, 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 Sprinter. Hallo, ich hätte gerne dein Auto. Nein! Und hat er ein dreckiges Auto. Wo bist denn du? Ähm, gute Frage. Hier gibt's noch was gerade, seh ich. Wie viel kostet's? 1000, ja komm. Das hol ich mir noch kurz. Es wird zwar nicht so viel geben, wahrscheinlich 100 pro Stunde, die Angst haben, aber ja, 100 pro Stunde. Was so billig ist... Ähm, ähm. So, was wollen wir machen? Ich wollte noch ein bisschen Häuser kaufen. Ich hab noch ein bisschen, äh, ich hab noch ein bisschen Geld. Oh nein! Aber ich wollte... Gehst du jetzt keine Häuser kaufen? Natürlich, ich will auch ein bisschen Geld haben, ne? Dein, ich will jetzt nicht. Ach, hauptsache du kriegst, hauptsache du kriegst Geld, oder was? Ich bin YouTuber, mein Freund. Ja, ne, was bin ich denn nicht? Und zuvieligerweise hab ich mehr Abonnenten wie du, haha. Und... Aber das ist scheiße, egal, man achtet eh mehr auf die... Zahl, die geguckt werden, als auf die Viewer-Zahl. Also, mein Gronkh ist ja schließlich mein zweiter Account, also... Hahaha. Ja, er ist weg. Nee. So, ich renn gerade nur ein paar Leute und... Tod. Ah, gotta pay attention. Ah! Boah, warte, da ist was. Ich kaufe mir jetzt einen Sex-Shop. Warte, ich bin... Komm, ich komme, ich... Wie teuer ist der? 2000. Ich hab nur noch... 5000. Ich... Boah, warte hier. Ich will auch einen Sex-Shop haben. Ich warte. Ups, da ist, hab ich eine Handgranate geworfen. Egal, jetzt will ich jetzt wirklich... Nee, da ist ein Polizisten. Die holen Klausel über das Auto. Nein. Du hast noch ein ganzes Stück vor dir. Ich komme mit dem Motorrad. Achso. Ich gehe dir an, wäre ich jetzt im Hohenbogen runtergeflogen. Oh, ist wieder Polizei hinter dir. Natürlich. Ich hab den Typ vom Motorrad geballert. Was erwartest du? Na, willst du einsteigen, siehste? Willst du nur sowas machen wie in der letzten Session, ne? Gerne doch. Ja, das war so lustig. Nur, dass ich, äh, ne Frau vernachlern möchte und kein Mann. Okay, jetzt hab ich ein Zelt angefahren. Naja, du, ich bist jetzt eingequetscht zwischen mir und meinem Motorrad. Ach du Scheiße, was ist das hier? Ja, wo ist der Shop? Der sollte ich ja eigentlich sein. Das ist aber gekauft schon bei mir. Ja, dann habt, dann, ja, seid ihr froh. Geht's hier unten rein? Oh, schade. Schade. Im Sundi, er stand er einfach mal fünf Meter weiter vor. Ich zerballer dir die Reifen, wenn du nicht aufhörst. Ich mach doch gar nichts. Schön, dass du kompetent zum Einsteigen bist. Genug bist zum Einsteigen, ey. Geiler, ich liebe solche Autos mit solchen Touren. Ist auch so. Der Wangen hat auch gut powernd am Arsch. Ja, guck mal, was der hinten drin hat. Der hat ja keinen Koffer. Und der zieht auch gut zur Seite weg, wenn man lenkt. Ich versuch mal jemanden auszuschneiden, ne, snipen gehen. Oh, warte mal, ich versuch mal ein bisschen Geld zu sammeln. Warte, ich muss doch Leute verprügeln. Wie war das? Oh. Ich wollte dich nicht... Ich lass dich schon in Ruhe. Oh, ma, ist gut. Oh, mischaue ich im Prinzip, aus Prinzip normalerweise in den Spielen, nicht? Normalerweise. Ich krieg hier auch Geld? Fünf Sachen sind hier noch, die ich kaufen möchte auf die Schnelle. Wenn du steigst ein oder kommst du hinterher? Ich komm ja schon. Woll, da ist ein Auto mit diesen Saints-Masken vorbeigefahren, ne? Echt? Ja. Ach, dann sollen wir mal runter Genki Bowl gleich machen? Können wir. Genki Bowl ist ja halt nicht ganz cool. Ich will nur die drei Domizile noch kaufen und die zwei Shops. Das hab ich alles schon. Echt? Ich hab's eigentlich nicht gekauft, ne, aber... Wieso haben wir zwei Sterne? Ich denk mal, weil ich jemanden rumgefahren hab. Schnell zum Genki Bowl. Weißt du, wo der war? Ja. Really? Ja, ich hab nichts gesehen, weil ich die Karte aufgerufen hab. Du bist ja schön geschanzt, das musst du mir lassen. Boah, boah. Mir fess immer noch besser aus als ich. Ja, das kann ich auch kaufen. Ja, pickpocket-pawn-shot. So. Weiter geht's. 73% der Stadt- Fuck! Ich hab nichts gehört. Tschüss. Oh, Junge. Lauf! Oh, Junge. Wo wollten wir hin? Wo du... Was machst du denn? Du fährst in die falsche Richtung. Ja, ich muss aber irgendwie auch wenden. I'm not for more. Ich baller dich gleich um und lass dich verreckt, nur für die 30 Jahre. Nein! Scheißdreck. Boah, der hat echt gut Power. Ja, ja. Der muss ich mir mal in die Garage hauen. Und das, das blöde ist, die sind auch scheiße zu finden. Boah, Alter, der hat einen Speed drauf. Danke. Was denn? Ich bin im Wasser. Der fuck? Warum bist du im Wasser? Ich war im Wasser. Das ist doch schon, was ich will. Ach, da ist Ganky Ball. Ja, das will ich aber noch nicht machen. Weil ich erstmal Munition kaufen will. Das kriegen wir doch während dem Ganky Ball. Ja, aber hier ist ein Shop. Ja, den hab ich schon. Ja, du vielleicht. Deswegen, wie gesagt, ich will hier oben erstmal kurz alles aufkaufen. So. So, ich bin jetzt beim Ganky Ball, ne? Ich geh dann rein, wenn du sagst, dass du... Ja. Ja, schon. Kann ich jetzt aus Spaß eigentlich, oder? Was kannst du? Ah, ne, kann ich nicht. Ich wollte geguckt, ob ich so unendliche Wände aus Magazinen machen kann. Äh, wärst du mal so nett und kann ich reingehen? Nein, noch nicht. Noch nicht. Muss ich noch einen kleinen Augenblick gedulden? Du musst dich noch gedulden. Kommst du bitte, wir haben ziemlich viele Sterne. Ich weiß, hast du mir zu verdanken. Nee, eigentlich bin das eher ich. Achso. Ich, äh, jacke gerade in der Polizei auch das, was mit der Panzerkasse gehört. Das ist so ein paar Schritte. Bis dann. Vielen Dank.